Ja, ich habe gedacht, wir können ja mal eine Rallye mitfahren. Wir haben Spaß an alten Autos. So kommt irgendwann, schließt sich der Kreis, wo du dir denkst, du musst es jetzt machen, wann willst du es sonst machen? Und dazu gibt es dann halt einfach diese schönen Veranstaltungen, wie zum Beispiel die Rallye Legends in San Marino. Die ist halt nun mal im Oktober. Und wir haben meinen. Was soll ich tun? Ich hätte nie erwarten können. Aber eigentlich glaube ich, weiß ich, dass ich die richtigen Leute kenne. Also fängst du so ein Projekt einfach mal an. Ich habe gerade gehört, wir haben nur noch vier Schrauben. Da ist der Motor schon drauf. Die Jungs haben es ja auch schon gemacht. Aber richtig Gas gegeben und Sätze übertroffen. Der kommt auf diesen Tisch jetzt. Auch gut. Sehr gut. Sag mal, war diese Dash-Leitung da unten am Getriebe oder war die am Motor? Ja, so was ist auch erforderlich beim 915, ne? Weil der ja auch Betrieb kriegt dann und so weiter. Aber soweit ich weiß, durfte man das laut Homologation nicht. Ich war noch nie dabei, wenn das passiert. Die steigen einfach, wenn man dann warmt, die stehen, ne? Ich war noch mal ein Stück runter, Daniel. Da ist es noch. Da musst du das Lederband lösen, die 10er Schraube davor. Dass das noch dran ist. Das ist so ein originales Lederbändchen da vorne. Die fehlen normalerweise immer hier. Hektischer bleiben. Kann man den wegmachen einfach? Ich brauche den nicht. Oder ist das dann schon Heulerei? Ach, das riechst du. Makrolonscheiben oder nicht? Zumindest hinten oder nicht? Was sind diese Punkte? Ja gut. Also ich bin ganz ehrlich, ich würde hintenrum und auch die Türscheiben würde ich Makrolon machen und dann würde ich mir diese Schiebeteile reinmachen. Die ganze Fenstermechanik, alles gewicht, kann alles raus. Wir wollen das Ding ja leicht machen. Unbedingt. Ja, das ist mal ein Auspuff. Alter, das. Hier hinten sieht alles gut aus. Warum der so laut war? Nicht, weil das hier der extreme Auspuff ist, sondern weil da hier ein Loch drin ist. Scheiße. Was sind das für Schweißnähte? Ey. Männer, ihr seid die Geilsten. Mhm. Wirklich. Richtig geil. Richtig geil. Das war jetzt Stunde 15. Du hast also deine Zeit, du hast deine Stunde, äh, deine Zeit unterboden, ja? Der Gerät. Ja, der Auspuff ist wirklich, der ist schon schrecklich. Ja, da müssen wir halt mal gucken, was wir verbauen dürfen, ne? Was reglementtechnisch halt eben erlaubt ist, ne? Aber gleichzeitig auch, ja, der Leistung gut tut, ne? Ich denke, dass sie wahrscheinlich vorschreiben, ja, wie die rauszugehen haben. Ich denke, Mitte war es ja nicht früher. Ich denke, dass sie dir da was vorschreiben. Aber da gucken wir einfach rein. Ich wollte gerade sagen, da bin ich jetzt gerade ganz vorsichtig. Da frage ich die Leute, die es wissen. Ja. Ja. Ich suche mir jetzt erstmal die richtigen Homologationen raus. Und dann spreche ich, wie gesagt, mit dem Kollegen, der soll mir das genau sagen. Und dann muss ich halt wissen, wo du mit dem Auto dann definitiv am Start gehen willst. Und dann werden wir uns irgendwie da lang hangeln müssen, was wir jetzt einbauen dürfen. Was das Reglement angeht. Also das erste ist ja die Rallye Legends San Marino. San Remo, das ist eine coole Veranstaltung, wo die auch darauf achten, dass du ein internationaler Wagen passest. So, dann geht die Reise weiter. Die Histo Monte würde ich gerne fahren, auch in Verbindung mit Vox. Müssen wir gucken, beziehungsweise nicht die Histo Monte, weil das ist ja nur diese Fahrt nach Roadbook. Ja. Sondern die eine Woche nach dem WRC-Lauf, wo auch richtig Betrieb ist. Ja. Das wäre cool, wenn die aber nicht klappt. Oder auf jeden Fall die Mallorca im März. Mhm. So. Und die gucken ja dann, was du für ein Auto anmelden. Das heißt, wir sollten gucken, dass wir ein Reglement sind. Dass wir uns daran halten. Auch wenn andere Sachen vielleicht irgendwie mehr Spaß machen würden jetzt für uns beide. Wenn wir jetzt noch ein bisschen überlegen, was wir bauen könnten. Aber dann haben wir ein Auto, was da reinpasst und sind auf jeden Fall sicher, wenn wir da mitfahren wollen. Weil sonst sagen die, du darfst ja starten und dann stehen wir da. Aber natürlich ans Limit gehen. Also alles bei dem Reglement stehen. Das kann ich. Ans Limit gehen kann ich. Das weiß ich doch. Ja, stark. Dann würde ich sagen, dann halte ich die Räder wieder drauf, oder? Beziehungsweise Auto lade ich ein. Ja. Bring es rüber zum Baustritt um Hagen. Da rupfe ich das auseinander. Das habt ihr denn hier nicht in den Füßen stehen. Und ja, wenn er nackt ist, kann er ja dann zum Karosserie. Ja. Bauer, ne? Ja, ich spreche mit Moritz, wie gesagt. Und hier nehmen wir jetzt alles auseinander und dann gucken wir, was wir haben. Wenn der Moritz ein Thema ist, umso besser. Nehme ich dankbar an, ne? Weil dann brauche ich gar nicht groß rumgucken, da müssen wir uns da nicht einlesen, sondern einfach wegen Verbreiterung. Der weiß, wo er was verschleben muss, oder? Und fertig ist die Lauf. Das weiß er. Aber wie gesagt, solche Karossen hat er schon geschweißt. Okay. Okay. Und dann müssen wir halt gucken und uns abstimmen, dass wir da die richtigen Verbreiterungen und alles besorgen, dass das so ist, wie du das auch haben willst. Ja, und Makrolohnenscheiben. Ja, würde ich machen. Eigentlich ringsrunden. Gewicht, ne? Und dann Fensterheber raus, alles raus. Ja, schön. Also ich muss, ich bin ein bisschen happy, dass der bekloppte Plan aufgegangen ist. Langer Tag, aber jetzt liegt der Motor am Tisch. Ja, ne. Tja, normalerweise hätte ich dich jetzt vom Hof geerbt. Das weiß ich doch. Aber wir können es dann auch nicht lassen, weil ihr da gut findet. Ist nicht gut. Stark. Ist der Startschuss gemacht? Den können wir jetzt hier schön Vollgas geben. Und wenn der läuft und wir damit Spaß machen, dann ist das doch einfach, oder? Dann wartet doch, oh blöd, wer hat die Reise? Ja, ich meine, sicherlich hätte man ein bisschen entspannter planen können. Dann hätte die Rallye ja auch im nächsten Jahr mitfahren können. Das wäre ja einfach gewesen. Ja, ich würde sagen, das lief ja mal richtig nach Plan. Motor und Getriebe liegen dort auf dem Tisch. Die Jungs waren einfach wieder mega, haben sich selbst übertroffen. Ich habe jetzt das Auto nackt im Hänger. Das bringe ich jetzt zum Porsche zum Hagen, weil da werde ich mit den Jungs, damit die auch ihr Platz haben, einfach das Auto strippen. Und sprich, runterbauen auf die Rohkarosse, damit es dann zum Karosseriebauer kann. Du kriegst!